Grüezi miteinander, ich bin Sebastian Titz, Küchenchef im Western World bei Sven. Ich mache mit Ihnen Dinnerbox. Ich freue mich sehr, Ihnen einen grünen Pinot vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Ueli Liesch, vom Weingut Ueli und Jürgen Liesch im Malland. Ich denke, das Handwerk an sich ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil davon. Das ist etwas, was man pflegen muss, etwas, was man lernen muss. Darum bin ich auch Feuer und Flamme für dieses Event, weil es gar nicht so schwer ist, wenn man gewisse Kniffe und Tricks erkennt oder gewisse Abläufe. Am 25.04. mache ich mit euch die Dinnerbox. Seid dabei, bis zum 19.04. kann man noch buchen. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich dazu anmelden würden. Bucht doch jetzt! Bis zum nächsten Mal!